Lüftungskonzept Sie haben im Skript, das ist auf der nächsten Seite, dann glaube ich, nochmal das komplette Ablaufschema drin, was wir uns jetzt hier auch angucken wollen. So, wir haben eben darüber gesprochen. Lüftungskonzept, was muss ich sicherstellen? Ich muss sicherstellen, dass es nicht schimmelt in Ihrem Raum und dass die CO2-Konzentration oder schädliche Stoffe aus Ihrem Raum rauskommen. Das heißt, streng genommen bezieht sich ein Lüftungskonzept auf jeden Raum in Ihrem Haus. Logisch. Was hilft Ihnen, wenn Sie im Schlafzimmer genug Luft haben, aber im Kinderzimmer nicht? Also müssen Sie streng genommen für jeden Raum, jeden Aufenthaltsraum in Ihrem Haus einen Nachweis führen, eine Luftmenge berechnen. Das ist aber noch nicht der erste Schritt, mit dem wir anfangen, sondern der erste Schritt ist, oder die zentrale Frage, also hier oben dargestellt, das sind so Eingangswerte. Sie brauchen Daten über Ihr Gebäude, Anzahl der Geschosse, Gebäudehöhe, Windgebiet, also windschwach oder windstark, ist der Wärmeschutz hoch oder niedrig, ist die Gebäudedichtheit, wo liegt die? Das gucken wir uns gleich noch ein bisschen detaillierter an. Und Sie brauchen Daten über die Nutzungseinheit, also wie viel Wohnfläche beheizen Sie, mittlere Raumhöhe und so weiter. Dann ist die erste Frage, die Sie sich stellen müssen, haben Sie fensterlose Räume? Also es geht um fensterlose Räume, wenn Sie also eine innenliegende Toilette zum Beispiel haben, ohne Fenster. Das wäre so ein fensterloser Raum und dann müssen Sie natürlich völlig klar diese Fenster oder diese Räume separat behandeln nach einer anderen Norm. Überprüfen Sie bitte nur, ja oder nein. Und wenn Sie einen fensterlosen Raum haben, schreiben Sie dran, fensterloser Raum ist zu untersuchen nach dieser Norm und fertig ist. Das machen Sie dann aber nicht. So in der Regel haben Sie nicht viele fensterlose oder gar keine fensterlosen Räume. Und dann ist das, was wir jetzt als erstes machen, Sie überprüfen, ob der Luftaustausch, der stattfindet, auch wenn die Fenster zu sind, groß genug ist, um einen hygienisch erforderlichen Mindestluftwechsel sicherzustellen. Das ist die erste Berechnung, die wir gleich machen. Das heißt, Sie überprüfen, muss ich lüftungstechnische Maßnahmen überhaupt durchführen? Das ist die Frage, die wir beantworten. Das vergleichen Sie jetzt mit dem Luftvolumenstrom durch Infiltration. Infiltration, das heißt der Volumenstrom durch Leckagen, durch die ganzen Löcher in Ihrem Haus, die da sind, obwohl sie nicht da sein sollen. Das ist der Infiltrationsluftvolumenstrom. Q wieder Volumenstrom, V Lüftung, Infiltration, wirksame Infiltration. Die beiden Werte werden wir gleich rechnen. Jetzt müssen Sie gucken, wie rum ist die Frage gestellt. Also Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen. Ist der Sollwert größer als der Istwert? Ist der Sollwert größer als der Istwert? Dann beantworte ich die Frage mit Ja. Dann sind lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich. Für den Fall, dass mein Sollwert größer ist als mein Istwert. Dann ist Soll größer als Ist. So wenn aber die Infiltration größer oder wenigstens genauso groß ist wie der Sollwert, das ist jetzt die linke Seite, dann brauche ich erstmal keine lüftungstechnischen Maßnahmen. Es sei denn, ich habe spezielle Anforderungen an die Hygiene oder die Energie oder den Schallschutz. Wenn es solche Gründe gibt, lande ich auch wieder ganz unten. Dann lande ich auch wieder hier. Dann kann ich die lüftungstechnischen Maßnahmen konkret nach Abbildung 1 dieser Norm, dieser DIN 1946 Teil 6, festlegen. Wenn ich keine weitergehenden Anforderungen habe, dann bin ich fertig. Dann brauche ich keine lüftungstechnischen Maßnahmen zu treffen. Es schimmelt nicht, es ist leise, es ist ausreichend Hygiene vorhanden und Energie ist mir auch nicht so wichtig. Dann brauche ich auch keine Lüftungsanlage. So nach dem Ablaufschema gehen Sie auch vor, wenn Sie den Teil der Studienleistung machen. Das heißt, von oben nach unten durch und Hauptpunkt wird eben sein, quasi das Flussdiagramm ab dieser Frage, sind lüftungstechnische Maßnahmen denn erforderlich? So, wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der DIN-Norm, DIN 1946 Teil 6. Da geht es um Wohnungslüftungen. Da steht dann nochmal der Text drin, der zu diesem Flussdiagramm gehört. Lüftungstechnische Maßnahmen sind in einer Nutzungseinheit erforderlich, wenn der notwendige Volumenstrom zum Feuchteschutz den Volumenstrom durch Infiltration überschreitet. Wichtig an der Stelle ist der Begriff Nutzungseinheit. Wenn Sie ein Haus mit Einlegerwohnung planen, dann gibt es zwei Nutzungseinheiten im Mehrfamilienhaus für jede Wohnung. Das heißt, wir berechnen jetzt den Luftvolumenstrom für den Feuchteschutz und vergleichen den mit dem Luftvolumenstrom für die Infiltration. Für Soll und Ist steht da nur eine Formel. Fangen wir mit dem Sollwert an. Also Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz. Der berechnet sich jetzt aus verschiedenen Werten. Was brauchen wir zur Berechnung des Volumenstroms zum Feuchteschutz? Wir brauchen die Fläche der Nutzungseinheit ANE. Jetzt fangen die kleinen Gemeinheiten an. Weil nämlich diese Fläche ANE ist nicht das gleiche wie die Fläche AN. Und diese Fläche AN, die taucht auch auf bei der Berechnung nach Energieeinsparverordnung. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen den Faktor F Wärmeschutz. Da ist es dann einfach. Da gibt es nur zwei Werte zu. Wärmeschutz normal, Wärmeschutz gering und Wärmeschutz hoch. Warum spielt das eine Rolle? Erinnern Sie sich an Wärmebrücken, Innenoberflächentemperatur. Wenn Sie einen hohen Wärmeschutz haben im Bauteil, ist die Oberflächentemperatur innen auch hoch. Das heißt, ich brauche nicht so viel Volumenstrom, um Schimmel zu vermeiden. Wenn Sie ein schlechtes Bauteil haben, der Wärmeschutz ist gering, der U-Wert ist hoch, dann ist die Innenoberfläche kalt. Dann muss ich mehr lüften, um die Feuchtigkeit im Raum niedrig zu halten, damit es nicht schimmelt. Deswegen spielt der Wärmeschutz des Gebäudes auch eine Rolle, was die Hygiene angeht. Und damit berechnen Sie einfach den Sollwert für den Mindestvolumenstrom zur Feuchteschutzlüftung. Gehen wir rüber auf die andere Seite. Zum einen geht da ein, die Wirksamkeit lüftungstechnischer Maßnahmen in Abhängigkeit der Möglichkeit quer zu lüften. Sie rechnen aber sowieso immer mit 0,5. So, dann gibt es F wirksam für die Lage 1,0. A, N, E kennen wir schon. Höhe des Raums, hr, 2,5. So, also drei Variablen haben wir schon mal durch Konstanten ersetzt, ja. So, jetzt gibt es noch zwei Werte, über die wir uns noch unterhalten müssen, etwas detaillierter. Das ist zum einen der Wert N50. N50 ist jetzt ein Wert, der bezieht sich auf die Dichtheitsprüfung Ihres Hauses. Dann nehmen Sie einen sogenannten Vorgabewert und das ist ein angepeilter, angestrebter Wert. So, und da gibt es jetzt verschiedene typische Werte, die man da einsetzt. Der Regelfall, den ich Ihnen aus mehreren Gründen ans Herz legen würde, streben Sie doch bitte ein normales, gutes Haus an. Was soll das denn? So, jetzt geht es hier aber ja darum zu überprüfen, ist mein Gebäude ausreichend undicht? Jetzt müssen wir nochmal drüber nachdenken. Wir untersuchen ja jetzt hier die Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen. Das heißt, mit welchem Wert liege ich hier auf der sicheren Seite, mit einem großen oder mit einem kleinen Wert? Wenn ich jetzt hier davon ausgehe, dass mein Haus undichter ist, als es nachher wäre, dann komme ich ja hier zu der Erkenntnis vielleicht, ich brauche keine lüftungstechnischen Maßnahmen, die ich aber bräuchte, wenn mein Haus dichter ist. Das heißt, die sichere Seite ist hier einen möglichst geringen, aber noch realistischen Infiltrationsluftwechsel einzusetzen. Das ist nochmal ein Argument für diese N50 1,0. Wenn Sie aber ein Gebäude ohne RLT-Anlage haben und hier 3,0 einsetzen, dann bauen die Ihnen ein Haus hin mit dem N50 2,0. Das ist nichts Tolles, aber auch nichts ganz Schlechtes, aber deutlich besser als das, was Sie hier eingesetzt haben. Und dann überschätzen Sie den Infiltrationsluftwechsel ja. Das wäre für den Nachweis die unsichere Seite. Dann müssen Sie sich wieder damit beschäftigen, brauche ich denn jetzt? Tatsächlich, wenn Sie es messen, vielleicht doch eine Lüftungsanlage. Dann gibt es einen Differenzauslegungsvolumenstrom oder Differenzauslegungsdruck, Delta P. Auslegungsdifferenzdruck, Vorgabewert für freie Lüftungssysteme, für eingeschossige Neubauten oder Nutzungseinheiten, für windschwache Gebiete, 2 Pascal, für windstarke Gebiete, 4 Pascal, für mehrgeschossige Nutzungseinheiten, windschwach, windstark, entsprechende Druckwerte. Was ist damit gemeint? Das will ich Ihnen eigentlich erklären. Also Sie wissen ja, Sie bauen wahrscheinlich ein mehrgeschossiges Haus. Dann müssen Sie auf Ihren Lageplan gucken. Steht das Haus irgendwo auf einer Bergkuppe oder steht es in der Stadt? Das wäre die Entscheidung, windschwach oder windstarkes Gebiet. Und dann können Sie den richtigen Wert ablesen. Aber was ist damit gemeint? Damit ist die Druckdifferenz zwischen innen und außen gemeint, die sich aus der Geometrie und der Lage des Gebäudes ergibt. Wenn Sie in einem, weiß ich nicht, ob Ihre Eltern vielleicht ein Haus haben, ein mehrgeschossiges Haus, und wenn Sie das Dachflächenfenster aufmachen und unten die Tür, dann merken Sie, dass es da ordentlich durchpfeift. Auch wenn es draußen windstill ist. Und das ergibt sich allein aus der Thermik im Haus. Deswegen unterscheide ich eingeschossige und mehrgeschossige Nutzungseinheiten. Das hat mit der Höhe und mit der Thermik zu tun. Naja, und wenn Sie das Fenster aufmachen und draußen ist ordentlich Wind, dann ist klar, dass da auch mehr Luft rein und raus geht. Ja, windschwach, windstarke Gebiete. Das ist die Unterscheidung. Das ist damit gemeint. So, und der letzte Wert, der Exponent, der da steht, N, der hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Luftwechsel zu tun. Der hat also nichts mit dem N50 zu tun. So, N ist der Druckexponent. N sind entweder N gleich 2 Drittel oder Vorgabewert oder Messwert. Ich habe noch nie den Fall erlebt, dass jemand was anderes als 2 Drittel genommen hat. Also ersetzen Sie N doch einfach bitte durch 2 Drittel. Und dann müssen Sie sich auch keine Gedanken machen, ob N jetzt Lüftung ist oder nicht Lüftung. Das heißt, von der Formel bleibt übrig 0,5 mal nutzbare Fläche mal 2,5 mal 1,0. In der Regel N50 1,0 mal Klammer auf 1,0 mal Druckdifferenz 50 hoch 2 Drittel. Das bleibt eigentlich von dieser Formel da oben übrig. Ich fasse das mal anders zusammen. Mal 2,5 mal 1,0 mal Ane mal Klammer auf 1,0 mal Delta P. Das ist auch eine Variable. Fünfzigstel hoch 2 Drittel. Das Ganze hängt von zwei Werten ab. Von der Größe der Nutzungseinheit, was auch logisch ist. Je größer die Nutzungseinheit, umso mehr Volumenstrom muss da ja rein und raus. Und es hängt natürlich davon ab, ist das Ding in einem windschwachen Gebiet oder in einem windstarken Gebiet eingeschossig oder mehrgeschossig gebaut. Nur von den beiden Parametern hängt das Ganze ab. Diese Entscheidung hier, Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen. Das ist das Einzige, was man maximal von Hand rechnet. Wenn dann noch rauskommt, ich brauche lüftungstechnische Maßnahmen, dann setzen Sie sich vor Hotgunrod, Klammer auf, wenn es denn klappt, Klammer zu. Oder vor Dämmwerk oder Internet oder Excel-Tabelle. Es gibt tausend Anbieter kostenloser Software und bestimmen dann konkret die lüftungstechnischen Maßnahmen. Und lassen den Rechner rechnen. Aber Sie brauchen die Kenntnisse, was tut er da. Das heißt, wir müssen schon auch noch darüber sprechen, was dann da weiter drin vorkommt. Aber Sie wissen das im Prinzip dem Grunde nach auch schon. Nicht die Werte, aber die Logik dahinter.